Hallo und herzlich willkommen liebe Minecraft Freunde zu Let's Play Minecraft mit eurem Gastgeber Play Minecraft Go! So, wir sind nun in Part 3 von unserem Let's Play Minecraft und ich würde sagen, gehen wir mal in die Welt und arbeiten dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. So, genau, wir waren dabei, unsere zweite Etage zu bauen. Genau, wir hatten ja keine Spitzhacke, genau, so war das. Na, komm, na mir runter. Gut, wir hatten keine, machen wir uns gleich mal eine. Ich höre Monster verrecken, genau, so wie sich das gehört. Geht alle zum Teufel, eben ist sicher. So. Machen wir uns jetzt noch hier irgendwo Fenster da rein. Bisschen Licht und so, Weste. So, und auch dieses eine Kommentar hin, was abgegeben wurde. Meiner Meinung nach würde, beziehungsweise wird es schöner aussehen, wenn es aus mehreren verschiedenen Gesteinsschichten hustt. Beziehungsweise aus mehreren Materialschichten besteht das Haus. Für meinen Geschmack hat das dann irgendwie mehr Style. Gut, kannst du natürlich jetzt anders sehen. Würde ich auch gar nicht so großartig irgendwas gegen sagen. Nur, ich habe vor, das so zu machen. Dementsprechend möchte ich jetzt halt eben auch nochmal da zu sagen, dass es mich freuen würde, wenn ihr halt eben noch reinschreiben würdet, wie ich ja euch gebeten hatte zum Thema, ja, aus welchen Schichten dann die restlichen, wenn ich mich nicht irre, waren das zwei oder drei Etagen bestehen sollen. Wie gesagt, keine super seltenen Materialien, wofür wir jetzt wahrscheinlich erstmal die nächsten 50.000 Parts die sammeln müssten. Mit Bedrock, äh, nicht mit Bedrock, mit Nidderrock könnte ich mich noch mit einigermaßen anfreunden. Das ginge noch, wäre aber auch eine der, ja, wenn nicht sogar die letzte Ebene, die wir machen. Aber damit könnte ich mich dann halt eben noch theoretisch anfreunden, ja. Ja, und wie man gerade eben gesehen hat, das Ding hat keine Stützbalken, das sollte ich theoretisch, beziehungsweise sollten wir theoretisch auch gleich mal korrigieren. Aber ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal hier die Fenster rein. Das heißt, oben. Bisschen Deko und so, ne, muss sein. So, dann da und da und dann da noch eins. Und dann fehlen mir noch vier, vier Glasbrüche. So, dann kann ich ja währenddessen schon mal, blablabla, blablabla. Können wir schon mal den hier machen. Und dann machen wir das hier was cooler, was schicker. Hä, was macht denn das Ding da oben? Okay. So. Da brauchen wir nochmal ein paar Holzstüfchen, ne. So, machen wir mal. Ich glaube den hier und dann den hier. Das schaut dann wenig besser aus. Ne, das muss so bleiben, das. Sonst sieht das mit den Dings nicht aus, genau. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt nochmal ein bisschen Holz fällen. Bisschen Bäume abholzen und so, ne. Kein Teil ja. Jo, jo, jo. Okay. So, erster Baum ist hier Feld. Sind wir auch wieder ein bisschen holzflüssiger. Und dürften jetzt auch oben inzwischen das ferre glasen können. Sehr schön. Bin nur gerade am überlegen. Genau, ja, so, das ist eine gute Idee. Zack und zack. Und dann können wir auf die nächste Ebene. So, jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Das heißt, machen wir da das eine erstmal weg. Sicherheitshalber auch ein Kuppelton hinwäste. Das selber auch nochmal hier. So und so. Und dann machen wir die mal hier unten hin. So. Und da machen wir einfach kein Fenster rein. Ich hatte es auch noch einmal gedrückt, aber okay. Mein PC scheint mich heute nicht sonderlich zu mögen. Okay, noch ein bisschen Cobblestone. Bisschen Glas. So, ich verstehe gerade auch nicht, warum das so am Lacken ist. Dementsprechend mache ich jetzt einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder und ich gucke mal, was das Problem ist. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Ähm, ja, ich habe kein Problem jetzt so ersehen können, woran das liegen könnte. Dementsprechend muss ich jetzt einfach mal so, ja, Lack weiter, scheiß Sound. Ähm, muss ich jetzt erstmal so damit weiterleben. Und, ja, muss mich dann mal in den nächsten Parts darum kümmern. Ich check das gerade nicht, warum der so lahm ist. Da habe ich jetzt natürlich nichts geändert, also nichts am Laufen oder so ein Quatsch. Okay. Wieder da rein. Jetzt hoffe ich jetzt schon zum dritten Mal rein. Was wollte ich eigentlich? Äh, ja, ich würde sagen, wir gehen weiter mit Ihnen, ne? wieder ein bisschen hier bauen und anscheinend hat sich der Ton inzwischen auch wieder normalisiert. Finde ich sehr gut. Und, ah, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich hier wollte. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte das hier so ein bisschen Home-Style machen. Also dachte ich mir, machen wir mal dafür ein paar Stickies. Bäm, 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 bäm. So, und teilen wir hier einfach mal. Zacken, zacken, zacken. So, und so, und so, und so, und. Jetzt werde ich gleich sehen, wofür ich das haben wollte, beziehungsweise brauche. Lass mich gerade erst mal kurz überlegen. Ja, an sich wäre das dann doch schon eigentlich cooler, wenn wir das hier drei breit machen würden. So, das wäre dann schon deutlich cooler und so. So, dann müssen wir das hier aber, diese Wand, müssen wir in eins weiter verschieben. Weil ich auf beiden Seiten hier zwei frei haben will. Ne. Okay, dann muss ich auf beiden Seiten sogar, also auf der Seite muss ich hier um zwei verschieben, auf der anderen Seite muss ich auch nochmal um eins verschieben. Fällt mir gerade so auf. Ja, lag weiter. Mein PC hat's heute nicht. Wirklich, wie's ausschaut. Könnte natürlich auch daran liegen, dass man, wenn man direkt an den PC geht, nicht unbedingt sofort aufnehmen soll, aber es ist gerade, ich weiß jetzt nicht, ob man das in der Aufnahme sehen kann, aber es ist gerade bei mir hier halb elf und ja, ich bin halt eben jetzt gerade eben erst nach Hause gekommen, hab ein PC angeschmissen und hab halt eben, wie versprochen, wollte ich es noch heute rausbringen. Das werde ich mal mit dem Rendern wahrscheinlich nicht hinkriegen, also werde ich mich erstmal schon mal dafür entschuldigen, dass es nicht heute rauskommen wird, sondern wahrscheinlich morgen irgendwie um ein Uhr nachts oder so, aber es ist, also ihr werdet es morgen früh spätestens angucken können, sofern ihr wie normale Leute schlafen werdet, im Gegensatz zu mir. Ja, ist schon schlimm. So, also für den Zaun muss ich mich echt entschuldigen, der wird in dieser Folge echt scheiße sein, aber ich hab keine Ahnung, woran das gerade liegt. Also, ich könnte mir wie gesagt höchstens erklären, dass es daran liegt, weil ich meinen PC jetzt gerade angemacht habe, direkt und dann direkt aufgenommen habe, aber da hat der sich eigentlich noch nie wirklich dran gestört, wenn ich so nachdenke. Naja, okay. So, dann brauchen wir wieder noch ein paar Stiefsche mehr. Oh, ich hasse das. Wie gesagt, für den Zaun kann ich mich wirklich immer wieder nur entschuldigen, aber keine Ahnung, woran das gerade liegt. Hab ich wirklich null Plan. Oh ja, ich spring nicht um. Okay, wir machen das jetzt ganz einfach. Äh, ich mach jetzt einen kurzen Cut. Wir sehen uns sofort wieder und ich mach kurz den Sound aus. So, und da sind wir auch wieder. Wie gesagt, tut mir leid, wegen dem Sound, aber den hab ich jetzt mal kurz ausgestellt, weil ich da gerade leider keine Erklärung für finden konnte. Und auch nicht, warum ich das hier gerade gemacht habe. Aber okay, ähm, ja. Jetzt haben wir zumindest schon mal kein Sound mehr hinterstört. Nur noch ein leckendes Minecraft. Ist ja so viel besser. Hust. Ähm, was wollte ich jetzt? Ah, genau. Wir wollten jetzt weiter minen. Jetzt haben wir hier schon so einen kleinen Mining-Weg erschaffen. Und, ja, vielleicht machen wir uns hier so einen Raum draus oder so. Etwas in der Art müssen wir dann noch in den folgenden Parts gucken. Ich werde jetzt hier noch kurz die Ecke aushöhlen und dann war es das. Auch für diesen Part. So. Komisch, jetzt wo ich den Sound ausgemacht habe, leckt es gar nicht mehr so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das daran liegt. Okay. Wir müssen jetzt hier noch für die Fackeln, Cobblestone-Eye aufsammeln. Ich würde sagen, ich möchte mich erstmal noch einmal sehr dafür entschuldigen, dass das so ein, ich sag mal, beschissener Ton ist. Äh, dass er am Längen ist und dass mein Spiel am Längen ist. Wie gesagt, ich kann es momentan leider nicht sagen, woran das gelegen hat. Ich werde versuchen, es bis zum nächsten Part zu korrigieren. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr es hier unten bei YouTube oder im Minecraft-Forum kommentieren würdet. Äh, Kritik nehme ich auch sehr gerne an. Wenn mir, nur bitte jetzt niemand, der jetzt irgendwie sich über den Ton beschwert, ja. Ich hab's oft genug gesagt, dass ich da leider gerade kein Plan habe, woran das liegt. Und, ähm, wenn ihr Lust habt, Daumen hoch, Fabo. Und wenn ihr schon mal dabei seid, gebt doch direkt mal meinem Kanal ein kleines Abo. Da würde ich mich super drüber freuen. Äh, der vierte Part wird dann wahrscheinlich in den kommenden zwei Tagen erscheinen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das mache, weil ich zeitlich momentan recht unter Druck stehe. Und das nur abends hinkriege. Wie man jetzt bemerkt hat. Ähm, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Hoffe, ihr bleibt dabei. Und wir sehen uns dann in Part 4. Schöne Grüße, euer Play Minecraft Go! Ciao!